Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit Kryan. Guten Tag. Mit Giacomo. Hi hi. Der Mr. Blankwolf. Hallöchen. Der Marvin. Hallo. Die werte Frau Mila. Bin keine Frau. Hallo. Und S. Das Teddy. Willkommen. Ich habe heute irgendwie so ein kleines Problem mit Geschlechtspronomen. Marvin, warum versteckst du dich da eigentlich in der Kiste? Warum seid ihr alle so leise? Und vor allen Dingen, wir sind jetzt noch recht früh dran. Preparing. Auf die Plätze. Fertig. Ich bin bei Infinity. Ja. Alex ist Traitor. Inno. Ich habe gerade gesagt Inno. Okay. Du lügst. Ich traue ihm. Wer in mein Bad kommt, wird erschossen. Okay. Warst du gerade ein Frauenbad? Ich bin bei Bundeskirchen im Versteck hier. Ey, der schubst mich durch die Gegend. Weil ich war ein Männerbad, wenn er was in der Runde ist. Äh, ja, es ist Frauenbad. Ey, hört mich grob zu schubsen. Ah! Granate. Typisch Alex versteckt sich im Frauenklo. Ah. Ja, naja. Du hast doch... Hier, Chaco, du bist ein Kerl. Du weißt, wie siffig die Männerklos sind. Ey, hört mich zu schubsen. Oh, ja, das ist korrekt. Oh, er ist neben mir bei. Der Krian ist bei mir. Der Krian und ich gehen jetzt auf Geisterjagd. Oh, ja, ich will mitkommen. Ich will mitkommen. Ich habe das Beste versteckt aller Zeiten. Was? Du hast... Oh, wer hat denn das Licht wieder ausgelöst? Oh, Gott, schon wieder. Ich bleib bei dir, okay? Wo ist das Licht? Wie kann es da eigentlich wieder anmachen? Ich bin gerade hinten in der Ecke, wo es war. Der Traitor kann nicht weit weg sein. Also warst du selber. Also krieren wir es nicht, weil der ist oben. Oh, oh, Schüsse. Schüsse. War ich, aus Versehen. Blank. Ja, aus Versehen. Hat niemanden getroffen. Doch nicht. Bin nur wieder auf die Maus gekommen. Da vorne sehe ich mal. Da ist Alex. Oh, oh. Ja, ich... Das ist gerade irgendwie... Ja. Infinity, 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 Infinity. Infinity hat einen Traitor getötet. Zieh die auf, ich zieh die auf. Alex, der hat einen Traitor getötet. Er war Traitor, er war Traitor, er war Traitor. Okay, Alex ist es dann. Halt, halt. Er war Traitor. Ich habe erst Traitor ge... Boah. Ja, komm, wenn du nach 10 aufschießt, dass ich 21 HP habe. Oh Gott, ich sauf schon in der Salzbüste rum. Wo ist der Silence? Wer ist da? Draco. Teddy, was hast du da für eine Waffe in der Hand? Äh, eine GS3... Teddy, hinter dir ist wer. Da ist, ich bin hinter ihm. Ja, kannst du ruhig reinkommen. Okay. Komm mit in mein Horrorhaus. Nein, da gehe ich nicht rein. Komm schon, Teddy, trau dir. Nein, ich habe Angst. Teddy, dir wird nichts geschehen. Hallo, Krian. Hallo, Blaine. Die ist gut. Die ist gut, die ist gut. Oh. Das war der Disco. Wer lebt jetzt noch alles? So, entweder Plank oder Krian sind wahrscheinlich gerade gestorben. Nein. Nein, wir sind beide noch. Wir sind beide, wir stehen nebenan, aber das ist eher eine Shotgun im Klaus Combat hat. Das ist nicht nett. Hi, Krian. Hallo. Hinter dir ist Plank. Hi. Ja, ich sehe es. Ich glaube, Teddy ist. Da bin ich schon mal angeschossen. Ja, aber nicht für Absicht. Ich habe gedacht, du hast Infinity. Ich weiß nicht. Weg des Sniperes. Ja, Teddy hat einen Sniper. Und du? Ja, aber ich war ja oben. Das kam eben erst runter. Ja, dann ist es für mich Teddy. Ich will auch Teddy erschießen. Warum? Warum wolltest du eigentlich Teddy erschießen? Warum wolltest du Marvin erschießen, Teddy? Mit? Du hast doch gerade gesagt, du dachtest, es war Marvin, als du erschossen hast. Jemand hat gesagt, dass er von Marvin erschossen wurde. Ja, er hat einen Traitor erschossen. Danach geht Alex auf den offiziellen Indotröbe drauf. Ja, weil er da noch nicht confirmed war. Doch, er war confirmed. Nee, da noch nicht. Er war oben ganz klar confirmed, er hat immer weiter geschossen. Ach, der hat geschossen, okay. Marvin hat dauernd gesagt, er war Traitor, er war Traitor, er war Traitor. Das habe ich auch gesagt. Ich habe Teddy gefunden. What the fuck, du hast Teddy gefunden? Ja, schieß mit der Side-In auf mich. Alex, was war los? Ich habe ständig gesagt, er war... Ich habe keine Nachricht bekommen, dass er Traitor war. Zumindest nicht in dem Moment. Ich habe nur die Leiche gesehen und habe durchgezogen. Ja, ich habe auch dauernd gesagt, dass er Traitor war. Bei mir kam die Meldung auch relativ spät im Vergleich zu dem. Aber ist okay, ich habe mal wieder gerandomkilled, alle sind happy. Inno! Inno! Ach stimmt, muss der ja einmal vor sein. Alex! Ja? Komm mal ins Frauenbad. Nee. Ja, ich gehe auch raus. Hau ab! Okay, ich gehe. Ich wollte bloß die Rauchgranate zeigen. Oh, wer schießt denn da? Äh, Blankwurst oder? Warum? Da hat Alex gerade auf Blankwurst geschossen. Ich habe auf dem Fußboden geschossen, um genau zu sein. Und ich habe gesagt, wer reinkommt, wird erschossen. Gnadenlos. Das war letzte Runde. Sogar gut. Das ist egal. Hey! Komm her, komm her, komm her. Sag mal bitte, wo ist der? Wo ist der? Bei mir steht hier in der Tele rum. In diese Tür. Ja. In welchem Raum wird wer erschossen? Milan, Milan, Milan. Guck mal da rein. Warum? Ich verfolge einen Menschen. Oh Gott, ey. Hat er das nicht ausgemacht? Äh, Krian war es nicht, der war bei mir. Marvin war es auch nicht. Also, Mila war bei mir. Ach so, nee, Krian nicht. Es können nur Nekro oder Draco gewesen sein. Ach, das ist hier drin oder was? Ich war doch bei ihm. Also, ich habe Marvin gesehen. Komm mal zu mir. Wir sind in so einem großen Büro. Ich höre dir. Hey, ihr zwei. Hallo. Was denn? Hi, Marvin. Schieß dir, Mann. Das war nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Hier hinter ist ein Traitor-Stöpsel, auf den du drücken kannst, damit das Licht ausgeht. Also, wir waren hier drüben in dem Raum drin. Das Problem ist, das geht nicht von überall aus. Das geht nur in einer bestimmten Reichweite. Also, Marvin war es nicht. Marvin, warum zielst du so? Ey, wo ist hier, ist der da hin? Ich bin direkt neben dir. Ich möchte bei dir bleiben. Warum willst du bei mir bleiben? Weil du mich nicht erschossen hast, als wir da drin waren. Warum solltest du dich auch erschießen? Marvin? Ja, deswegen war ich noch in der Nähe. Wusste ich selber noch nicht. Kann man das Licht auch irgendwie wieder anmachen? Ich glaube nicht. Hm. Na, das ist karte. Lass uns mal irgendwo farbarrikadieren. Unser neues Heim. Was, was ist das? Oh, geil. Oh, schade. Ach, den kann man nicht aufmachen, ne? Wollte ich gerade sagen. Marvin, warum gehst du nach Frauenclub? Weil ich habe mich heimlich fühlen. Boah, das ist ne... Hallo. Oh! Geh weg. Hey, ich gehe wieder. Tschüss. Wir sind alleine. Ja, wir haben hier Primarspähre auf dem Männerclub, ja? Alex. Äh, ist das nicht das Front? Aber ich meine, ich habe eben... Nein. Boah, hat jemand hier erschossen? Ich nicht. Hat jemand da drin geschossen? Hallo, Blankwolf. Das war ein Demonstrativschuss, Präventivmaßnahme. Kusch, raus hier. Ähm, da ist kein... Geran, du sniperst hier rum. Ich sniper gar nicht. Ich möchte nicht, dass ich... Ich habe eine Sniper. Aber das heißt nicht, dass ich die Sniper trage. Das bleibt gut. Hm, Krian? Ja. Mach doch mal die Bat-Türen zu. Okay. Ach, da ist Alex. Okay. Alex, warte. Auf mich wurde geschossen, Teddy. Ich doch nicht, nein. Natürlich, du schießt immer weiter. Ich hab nicht ge... Abhin. Hä? Du hast doch immer... Ja doch, klar. Du hast immer weiter geschossen. Ich bin Inno. Ich habe nämlich... Auch an dich, Alex. Ich bin Inno. Ich habe einen Traitor getrailt. Ach gut, ich habe einen Clown gegen die Weiß. Ich glaube, ich bin ein bisschen geclown. Hier ist er uns. Wo? Hier ist doch gerade immer unsichtbar. Da, mit Taschenlampe. Nein, nein, nein. Ich bin Inno. Ich habe einen Traitor getrailt. Ich komme mal zu euch. Ja, der Kehran wurde gerade noch von Trader umgenutzt. Ja, von Teddy, ja. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Dann mach dieses Ding aus. Das war aber so schön. Kann man die eigentlich öffnen? Wer lebt alles noch? Ja, kann man. Los, hey, los, Traitor. Also, der eine. Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass es Kehran ist. Der war noch die ganze Zeit vorne mit mir alleine. Vor allen Dingen ist Kehran tot. Oh, stimmt. Hittis Tyler ist es auch nicht. Der hat mir so viele Chancen gehabt, mich abzuschießen. Ich habe lang. Wenn ich Traitor gewesen wäre, hätte ich schon längst irgendwann getötet. Ich stehe jetzt sicher. Also, eigentlich sind wir alle innocent, oder was? Eigentlich sind wir alle Traitor. Wir wissen es noch nicht. Ach, nein, nein, habe ich jetzt da voll random gekillt. Das ist nicht gut. Irgendwie hat gerade in den Shotgun herumgeschossen. Ja, das habe ich auch gehört. Ich dachte, das wäre neben mir gewesen. Ich habe eine Barrikade abgeschossen. Ich meine, wir leben hier überlegen. Ich fühle mich gerne Licht riefen, aber leider geht es nicht. Tut mir leid. Blank. Hopp. Blank, was ist das? Er hat noch Blank gesagt. Halt. Hey, wer schießt auf mich? Das bin ich, Alex. Nicht auf mich. Er ist hier drin, Vorsicht. Wo drin? Hier im Barat habe ich ihn reingehen sehen. Da ist er. Ha! Ich bin auf. Deadwanger, Deadwanger. Da ist er. Ja, er ist noch. Alter. Alle drauf. Ich habe ihn. Es ist immer gut, in einem kleinen Raum mit Nahkampfwaffen rumzuspielen. Oh. Gewonnen. Ich habe einen Traitor umgelegt. Ich will jetzt gerne auch mal Traitor, um zu wissen, was du so am... Ja, das war mit mir. Ich habe gerade mit Teddy gesprochen. Also geschrieben. Weil er hat nämlich Peng gesagt und ich drehe mich rum und dann sehe ich ihn noch im Hintergrund und ruft deswegen Teddy und danach sehe ich, dass direkt vor mir Blank steht. Deswegen dachte ich eher was. Genau. Das war dann halt für ihn Peng. Ja. Das war für ihn halt extrem Pech. Das ist ja auch Pech, wenn er gerade Peng ruft. Nice. Ja, genau in dem Moment kam der Schuss. Ich war auf der Möck noch nicht. Traitor passen wir. Oh, lass doch mal das strahlen. Oh, nieder. Leute. Warte, wer warte? Kannst du zeigen, wo das strahlen ist, wo man das ausmacht? Ich bin in der Nähe vom Feuer. Oh, ich hatte gerade voll in den Leg. Ich habe den Gefühl, es ist Krieren. Wieso? Ich stand beim Feuer. Weg, Daniel. Los. Nein, weil du bist gerade davon weggelaufen. Ja, links in der Ecke war ich. Toll. Weißt du, wie viele hier rumlaufen? Da hinten. Dahinter ist eine rote Traitor. Aber bei dem Sinn, davon habe ich noch nicht mal dieses Ding gesehen. Okay. Ich war ja nicht einmal Traitor auf dieser Möck. Also Alex hat es nicht ausgemacht. Ich war nicht in der Nähe. Ja, das habe ich ja schon erklärt, dass das mal aus einer bestimmten Reichweite rausgeht. Man muss dafür recht nah sein. Sonst habe ich niemanden in meiner Nähe. Ich habe ein Gefühl, es ist Krieren, aber ich möchte ihn jetzt nicht... Da büßt ein Necro rum. Ich düse, düse, düse. Machst du Bewerbungsgespräche, oder was? Ja, willst du dich bewerben bei meiner Kamera? Oh, ich bin weg, oder? Schauen wir mal das Licht hier an. Oh, du willst auf der Kamera, Krieren, das ist hier 1A. Was hat dich denn heute zu uns gebracht, Krieren? Erzähl mir nochmal mehr. Oben sind Geister. Angst vor Geistern. Ja, Geister. Jaco, Jaco. Ganz anders. Wie bei deinem neuen Foto auf Facebook. Okay, dann komme ich jetzt mal näher. Ich kann dich vor den Geistern beschützen. Sie blenden mich, Sie blenden mich. Achtung mal, ich schieße. Ich beschütze dich vor den Geistern. Du musst... Da steht ein Blank und zielt. Ich wollte nur gucken, was sie da schreiben. Geister schuldig in den Mund nehmen. Nein, will ich nicht, will ich nicht, bitte nicht. Aber der beschützt dich vor den Geistern. Nein, bitte nicht. Na gut, dann gehe ich jetzt weg. Oh, ist er weg. Du hast dich aufgelöst. Oh mein Gott, er ist weg. Ah, nein, der Geistern hat mich wiedergefunden. Jetzt hier, er wird ins Gespräch. Ja, wir sind hier jetzt schon im nächsten Office. Ja, also, das heißt ja. Ich hab da Schrottwinde gehört. Ich hab da... Ich häng fest. Traust du dich da rein? Ich hab ne Diegel. Ja, ich geh da rein. Das ist für mich nur ne Pistole. Ja gut, ich kann dir auch die Sniper zeigen. Ist irgendwas drinnen? Mach halt wenig mehr, was du gehört. Ja, ne, das heißt. Ich hab das geschlossen. Oh, jemand hat oben das Mädchen rausgelassen. Ne, Neko, 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 Neko. Das Mädchen rausgelassen? Ja, alles. Ach, du meinst hochgegangen. Ja, hochgegangen. Ist was selts. Ja, warum willst du hier rein, Blankwulg? Ist mein Bart, ja? Wer ist hier? Wollen wir gucken, ob da ne Leiche ist. Ist aus dem Weg? Nee, ich kacke alleine ohne Leiche. Wer läuft hier? Da steht wer, um auf mich zu zielen. Kryon. Kryon. Der Neko, 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 Neko. Von wo? Okay, Neko. Das ist Lady. Er ist oben. Verdammt, er ist oben. Er wird geschossen. Hat jemand bei euch dann geschossen? Nein. Er steht oben an der Treppe. Warte, wir gehen zusammen rein, oder? Ist das nicht besser? Ja, auf jeden Fall. Wenn du nicht besser bist. Ich hatte vorher auch eine geworden. Oh, jetzt brennst er. Ja, ich verbrenne. Leider kann man die hier nicht löschen mit der Smoke, wie es bei Counter Strike geht. Geht das bei Counter Strike? Ja. Da kannst du Brandgranaten mit Smoke löschen. Ist halt richtig geil. Und der war schlecht, aber richtig. Kryon, ich hab's gewusst. Ich hab aber es nicht angemacht. Ja, Moment. Woran sind... Wie haben die Trader jetzt gerade gewonnen? Die haben die Trader getötet. Die haben die Trader getötet. Na vier. Ja, richtig. Haben wir Lust. Keinen Trader hätte ich auch umgebracht. Hätte ich ihn nochmal gesehen. Aber ich hab ihn dann nicht mehr gesehen, leider. Ja, da war das Feuer dazwischen, deswegen musste ich raus. Ja. Aber ich hab das Ding nicht ausgemacht. Ach, das war Nekro. Ich stand einfach nur dahinten. Ja, schon wieder, Enno. Jetzt rennen sie alle direkt hin. Wir müssen da gucken, ob das jemand aufmacht. Ich steh jetzt einfach in Nekro. Nekro, geh weg. Ich geb den Headshot. Was machst du da? Also da ist Nekro. Danke für die Disco. Es ist aber nicht wirklich sinnvoll, wenn wir hier alle stehen. Weil dann kommt der einfach hin. Macht das nicht aus. Goddammit, das kann doch Nekro gewesen sein. Junge, ich war's nicht. Du hast hier gerade hingeschaut. Stopp Marvin. Ich wollte gerade sein. Dann kann jeder hinstellen und das einfach ausmachen. Und Kriana und Blankwolf. Und Teddy und Blankwolf auch. Okay, Crush, du kannst mich töten. Aber dafür wird dich jemand töten, wenn ich innocent war. Schieß die Mann. Auch ich. Hey, wer hat mich da eingespielt? Hier war drin. Hopp. Aus welchem Grund auch immer lande ich immer wieder im Frauenklo. Ich versteh's einfach nicht. Er gehört immer wieder zu sein. Du warst auch drückt. Passt es zu. High Infinity. Opa. Der ist ja tot. Irgendwer hat grad den Typ meine Tür umgebracht. Da ist jemand tot hier draußen. Wo ist hier der Tote? Opa. Da schaut wieder der Nekro. Mit was? Nekro gesehen. Hast du das, Tyler? Nee, ich war das nicht. Der hat mir meine Tür zugehalten. Ich konnte nicht mehr rauskommen. MP5, ne, Navy. Ja, ich hab mich gerade gesehen. Jafar hat eine Gallye. Wo ist denn jetzt der Tote? Ach, da. Ich hab mich gerade gesehen. ...Nekro... ...was anderes... Ich bin mir bei Neko nicht sicher, ich glaub das ist die MP5 Nein, 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 der hat die Krieg... ...also so hieß die... Ja, so ein Lankyver-Shotter Ja, das ist... also... ...keine Ahnung wie sie heißt... ...aber in... ...SG552 Genau... ...ja, in Counter-Sec was früher die Krieg... ...was hat der hier? Wahrscheinlich ist die... ...ja, wobei die liegt so ordentlich da... ...die könnte es nicht gewesen sein... ...ja, mittlerweile wird's eh schon... Ich hab ne AUKRAD, ich hab ne... ...da ist ne 50... Ich finde es sehr interessant, dass er... ...GRAD gesagt hat... ...das heißt, er hatte eben noch was anderes... ...Nee, äh... ...Jaco war es nicht... ...Nee, das meinte ich nicht... ...er meinte Teddy... ...Teddy... ...Teddy... ...Teddy hat ja gerade gesagt... ...ich hab ne AUK GRAD... ...Nai, ja, ich hab meine Mac da weggebrochen... ...da kam ne Smoke geflogen... ...hat ja jemand gesagt... ...Nekro war das... ...ja, war ich auch... ...ja, aber Smoke ist ja kein Ding... ...Smokes... ...Ah... ...er ist hier, Alex... ...Hallo... ...Alex, ich hab immer Angst vor dir in diesem Spiel... ...Irgendwie, ich werd gerade... ...vom Blankwool verfolgt wieder... ...Gang, ich war... ...Dresco vor mir her... ...Ja... ...ja... ...natürlich... ...der vor dir her... ...Leute schuldig, oder wie... ...Darf ich dir mal hinterher... ...Ich werd' euch hinterher... ...Ou... ...Was war das? ...Dresco... ...Dresco... ...Dresco macht mir Schaden... ...Also ich versteck mich nicht... ...Dresco nicht... ...Kann sein, dass du ein Plump gegen dich geflogen hast... ...oder irgendwie sowas... ...Da kannst du ein bisschen Schaden nehmen... ...Dresco... ...Ou... ...Ou... ...Wann... ...Oh, du wolltest dann so näher kommen... ...Geh weg... ...Komm her... ...Komm her... ...Hau ab... ...Komm her... ...Komm her... ...Lass uns das... ...Geh weg... ...Ey, der schieß auf mich... ...Geschenk für dich... ...Besser... ...Smoke... ...Danke... ...Also irgendwer... ...Wurde gerade mit der... ...Shotgun... ...Glaub ich umgeschossen... ...Also... ...Teddy und Alex... ...Irgendwer schieß gerade auf mich... ...Ich schieß jetzt einfach zurück... ...Es ist... ...Teddy... ...Hey... ...Wer hat mich geschossen... ...Teddy hat mich geschossen... ...Aber er hat mich geschossen... ...Ich bin hinter dir... ...Ja, aber irgendwer hat auf mich geschossen... ...und das war da wo der... ...Teddy stand... ...Und Blankwolf ist... ...mysteriöser Weise... ...Sehr gehört... ...Ja... ...Weil ich angeschossen wurde... ...Oh... ...Okay Black... ...Statraum... ...I... ...Ich bin so schlecht... WTF? Wie geil! Ich sag nicht! Ich hab dich geschossen! Doch, du hast ne AWP, da hast du einmal geschossen. Ey Leute, ihr müsst lernen zuzuhören. Ich, Marvin. Ja, ich hab dich begleitet. Ich meine gerade mit Chaco. Ja, weißt du, wie schwer es ist zuzuhören bei dem ganzen Gelaber? Es ist nicht so einfach wie du denkst. Ja. Und es kam aus der Richtung, wo du warst, daher warst du. Enno. Enno. Kanottenwerfer. Ich bewach jetzt dieses Lichtding. Geh weg, Blank. Alex, mach das Licht aus. Ich will sie nicht an. Geh weg, Blank. Mach mal bitte nichts aus, hier. Licht aus. Krian will ne Bombe blenden, ich seh's genau. Ich mach jetzt das Licht aus. Ich hab's schon gemacht, du bist zu spät. Ach shit. Alex, ich helf dir. Alle nach da schauen. Alle nach da. Das ist die langweiligste Episode aller Zeiten. Alle mal auf die Wand schauen. Also wenn ich tope, dann Chaco lauf die ganze Zeit hinter mir her. Das gilt auch andersrum natürlich. Einer von euch drehen ist Traitor, ne? Wenn ich das mache, ist alles gut. Das gefällt mir nicht. Ziel nicht mit der Schrotze auf mich. Wir warten hier einfach die ganze Zeit. Ich bleib beim Krian. Mach das. Ich mach das. Immer so ein bisschen im Augenwinkel. Ich vertrau den Krian. Ich hab mich jetzt als Pflanze identifiziert. Vorsicht Triggerwarnung. Das ist schön. Ich bin ein Pflanzen-Kind. Kein In-Game-Boys. Pion. Du kannst mich nicht einfach wegladen. Er hat nichts gemacht. Der Blankwolf hatte ich gerade eingesperrt. Hast du gar nichts? Schau mal raus. Ich hab's genau gesehen. Infinity ist bei mir. Der Blankwolf sollte direkt hingerichtet werden. Da schießt der Mannschlüsse. Alter. Ich hab ihn getötet. Ich stehe vor ihm. Und er geht einfach in den Traitor-Shop. Hä? Ich hab gesagt, ich muss ihn umstellen. Umdrehen. Crush. Nicht du. Nicht du. Was ist der andere? Was ist da los? Das war doch hundertprozentig gerade nix silencede. Du bist vor mir gegangen. Sorry. Crush ist es glaube ich. Fuck. Oh mein Müll. Da lauf ich mit der Shotgun rum. Der schießt mich einfach weg. Ich hab gesagt, ich gehe ab, weil ich das umstellen muss. Man hat voll gesehen, wie man deine Waffe gewechselt hat. Also davon kam bei uns nichts an. Bei mir auch nicht. Ja und selbst Sven, das ist so eine Sache. Weißt du, das sagst du immer wenn wir in den Traitor-Shop gehen, jetzt sagt man sowas. Das macht keinen Sinn. Ne, aber das mach ich jetzt einfach. Äh, bei Befragment. Genau. Okay. Man hat einfach gesehen, deine... Man steht in einem Raum und muss etwas umstellen. Cool. Du hast deine Waffe gewechselt. Das passiert nicht beim Umstellen. Ich hab sie gewechselt. Geh weg, Styler. Geh weg, Styler. Nein, du kommst dann. Ach man, jetzt ist er rausgekommen. Nein. Lass, 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 Styler. Ist das dann hier? Lass mich letztesmal random gekillt. Ich kann dich erzählen. Ey, bleib hier. Bleib hier. Beifuß. Ich wurde schon wieder eingesperrt. Ich versteck mich jetzt einfach in der Ecke und mach gar nichts mehr. Das ist die einfachste Technik, um nicht zu sterben. Gute Einstellung. Ey, was schießt du einfach? Achso. War ich geschossen? Ja, ja. Hier hinten waren auch Dinge. Ja, das war ich. Toll. Hab ich Schaden bekommen. Gehst du Minusbank? Kein. Hallo. Hallo. Wer hat hier eine Granate geworfen? Wer hat hier eine Smoke geworfen? Ich. Ich wollte das Feuer löschen. Ich wirf. Noch eine rein. Irgendwie geht das nicht. Vielleicht brennt's dann noch mehr. Warum wirst du noch eine? Warum nicht? Kann ich verstehen. Guck mal, ich hab auch noch einer. Guck mal, ich hab auch noch einer. Glaub ich nicht. Wir müssen den Alex ausräuchern. Schuldige. Wir müssen den Alex einfach ausräuchern. Schuldige. Okay, lass mir keine andere Wahl. Äh. Da schießt er viel zu sein. Ich glaube, ich steht da schon wieder. Teddy, Alter. Blank. Ich schau, dass das keine Ahnung was macht. Was kannst du denn noch ausmachen? Ich hab das Silence gehört. Äh. Nicht aus. Styler. Nein, ich bin's nicht. Hab ihn. Und? Wenn's nicht Styler war, muss es Blank gewesen sein. Ja. Nein. Nein. Nein, ich bin's nicht. Ja, hinter mir sind alle. Oh mein Gott, Alter. Wie ihr euch alle selber tötet. Ja, what the fuck. Da wird einer umgeschossen aus dem Fenster aus. Und anschließend geh ich dahin. Wird einer auch umgeschossen. Aber nicht von Fenster aus, sondern von hinter mir. Das war nett. Ich hab nicht gedacht, dass das so geil klappt. Ja, das war schön. Das war echt schön. Waffe! Oh. Das Spiel ist echt was Tolles. Ja. Eno. 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 Hallo. Alles war so ein bisschen angefressen. Eno. Ich war auf dieser Lamp noch kein einziges Mal Traitor. Ich war nur einmal und bin extrem früh gestorben. Okay, Waffe. Gut. Ich hatte bis jetzt nur erfolgreiche Runden als Traitor. Du bist ja auch ne kleine Bitch. Danke. Ich wurde immer komisch getötet als Traitor. Immer obwohl ich gar nichts gemacht hab. Diegel. Ich nehm jetzt nen Diegelriegel in meine Hand. Du bist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Was ist das Problem? Ja, nimm deine scheinen Shotgun wieder. Jupp. Da ist der Herr Blankwolf. Ich komm mal mit hier rein. Jupp. High Infinity. Okay. Jeder in einer Ecke und gut ist. Alles klar. Na, Stuhl. Wir brauchen noch nen vierten bitte. Ich komme. Kannst du mal weggehen, du blöde Mikrowelle? Wo seid ihr? Hinten. In Blanks. Standardversteck. Ja. Irgendwann eh schon da. Ja. Nein. Stille. Abgrundtiefe. Stille. Hi. Hi. Okay, du musst drüben zu den Getränkeautomaten. Ich bin ein Getränkeautomat. Ich bin ne Biene. Ich bin ne Biene. Ich bin ne Biene. Schüsse. Ich möchte nicht die ganze Zeit stehen, deshalb hol ich meinen Stuhl. Ja, hier in dem einen Raum sind Schüsse ohne Ende. Nein, ich häng in dem... Oh, jetzt. Oh. Möchtest du hier meinen Stuhl? Wird du vielleicht... Marvin! Also Marvin, du bist Traitor. Sorry. Okay. Wer lebt denn jetzt noch? Habt ihr alle umgepackt? Ich lebe noch. Tevi kichert da auch noch rum. Also da nur noch zwei Leute leben, geh ich davon aus, dass jeder denn noch lebt Traitor ist. Und jeden den ich noch sehe, bring ich um. Nekro lebt auch noch. Okay. Äh, ich trau Kian nicht, der war gerade... Okay, Black Wolf! Ah, okay. Hab ich richtig getötet. Gott sei Dank. Gut, dann vertraue ich dir. Ey, ich trau dir gar nicht, Alter. Ich bin aber hinter dir. Ach lol, du! Der ist da drinnen! Geht weg! Weg! Pass auf, der hat dann gesilenced. Mensch, ich brauch ne andere Waffe. Moment, Moment, Moment. Hier ist der Polator. Äh. Blank Wolf! Blank Wolf! Ablenkung! Warum hab ich eigentlich Marvin gesagt, obwohl Blank Wolf mich angeschlossen hat? Keine Ahnung. Reflex? Das war das Schlechte. Es ist einfach Marvin. Ey, ich musste sogar nicht nachklagen, die Waffe welchen oder so. Ich hab überhaupt keine Ahnung gehabt, wer gerade Traitor war. Ah, das war gut. Marvin und Blank Wolf. Ja. Inno, Inno. Inno. Ich geh wieder in den Raum. Ich nicht. Ja, war lustig. Ach, sie wird nicht die letzte Runde sein, sag sie. Nur mal so. Hi Alex. Hi. Ich warte die ganze Zeit gemütlich in meiner Ecke hier. Was ist das denn? Fimsy. Ich bin das ja. Hallo. Ach, Alex bleibt bei dir. Auf meinem schönen Stuhl. Nee, vor allem. Da kam gerade irgendwas geflogen. Smoke, smoke. Aber nicht von mir! Nein, nein. Egal, ich bleib hier. Ist das Dreck? Äh. Und weg. Okay, das ist langweilig. Ich geh wieder weg. Ja, oben sitzt. Oh, jetzt kommt jemand. Nein, dann bleib ich wieder hier. Wart, möchtest du auch mein Stuhl? Wer ist doch gerade aus Frauenklo gegangen. Äh. Ja. Geh weg. Niemals. Mein Frauenklo. Alex, du bist hier falsch. Kommt hier nicht mehr raus. Was ist das? Todeskampf. Nur einer darf aus dem Männerklo wieder rauskommen. Da braucht Granate. Zwei gehen rein. Nur einer kommt stehend wieder raus. Das hört sich nach nem ganz normalen Morgen nach bei mir an. Ja. Okay. Tod durch Giftgas. Achso. Yay. Hi Alex. Geh weg. Hi Alex. Geh weg. Ja, ich bin hinten. Frankwolf. Interessant. Steiler? Du hier. Ich werde es löschen. Es wird wahrscheinlich schief gehen. Ich bin draußen. Ich habe es gestoppt. Juhu. Was hast du denn gestoppt? Ich habe das C4 gestoppt. Steiler, ich habe es genau gesehen. Oh Kryon. Das kannst du halt so nicht sagen. Hab ihn. Jan, was machst du da drin? Weg. Ich bin hier drin und habe das Ding gesichert. Was hast du gesichert? Ich habe die Bombe defused. Ich habe einen Traitor gekippt. Also du bist so innocent. Geht weg. Geht alle weg. Geht alle weg. Geht alle weg. Ich mag euch nicht. Blank. Alles klar. Blank vertraue ich. Vertrau dir aber nicht. Ich habe die Bombe defused. Soll ich sie wieder anmachen? Okay. Und mit Crush hier? Ja, falls ich sterbe, Necro ist es. Es sei denn, ich brille irgendwas anderes. Okay, die lebst du noch? Was ist wenn du scheiße schreifst? Wenn du scheiße schreifst. Er war eigentlich Traitor. Ja. Äh, Jaco. Wir sind in einer Toilette drinnen. Wer reinkommt, wird durchsäbelt von 1000 Kugeln. Zählst du das nach oder ist es geschätzt? Äh, es ist ein Richtwert. Ja, das ist die Toilette. Wenn du jetzt reinkommst, bist du tot. Also ich bewacht das C4, das ich defused habe. Ich bin ein Held. Wo ist denn das C4? Äh, in einem Raum. In seinem Popo. Richtig, da auch. Ich bin jetzt eine wandelnde Bombe. In dem Raum. Deswegen knallt das immer so, wenn ich auf dem Klo bin. Der Raum? Ja, in dem Raum. Alles klar. Aber du bist der. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht geschossen. Lass es doch sein. Blank, Blank, ahhh. Double kill. Komm in der Toil, kommen alle raus. Ich hab mich doch... Hey, weißt du was so schlecht ist? Ich stehe da und höre dauernd ein Gepiep. Ich denkst du, da piept doch was. Dann dachte ich, hier ist irgendwo ne Bombe. Ich dreh mich rum. Ach, da ist sie ja. Okay, ich defuse. Aber wenigstens war ich jetzt mal Traitor. Äh, 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 äh. Die Runde wird in der... Traitor. Wird wahrscheinlich letzte Runde sein, also Marvin ist es. Marvin, ich werde dich jetzt töten. Warte, äh. Danke. Marvin, ne. Ich will dich nicht töten. Ja, ich hab den vor mir. Ist jetzt schon. Herr, was du sagst? Was? Siehst du, was du sagst? Ich werde Marvin jetzt randomen. Ich hab gar nichts gesagt. Irgendjemand hat mich doch gerade angesprochen. Irgendwo wird geballert. Nö, das ist Nekro. Nekro eskaliert. Nekro eskaliert. Wieso? Jo, was ist los, Teddy? Was ist los? Nekro, hast du irgendwie einen kleinen Anfall? Ja. Ganz ruhig. Warte, warte, warte. Ich... Du schüttel dich mal. Ich durchschüttel... Wo bist du hin? Warte, Nekro, wo bist du? Nekro, bleib stehen. Ich durchschüttel dich. Einmal schütteln, BD. Alles gut? Ich hab dich geschubst. Au! Oh! Das weiß ich nicht. Ich hab ne Smok gebaut. Ich hab nur noch 88. Irgendjemand hat voll in die Ding. Ich lösche es. Ich hab nur noch 88 Leben. Alter. Also Nekro und ich standen voll drin, als darf er in den Incendiary reinkommen. Ich auch. Ich auch. Ja, ich auch. Ah, ich bin angeschossen. Gut, Marvin, Marvin Trader. Das weiß ich. Nein. Über den abschießen. Ich muss mich ganz kurz ausklinken. Das ist jetzt gerade was von der Uni. Sekunde bitte. Ah, ich will dich töten, Marvin. Nein. Die letzte Rolle. Oh, da liegt sich hier. Dann ist es... Ja, da liegt sich hier. Wo liegt sich hier? Wo? Geh weg. Wo denn? What the fuck? Frech mit mir. Ah, ich habe ein Gefühl. Es ist Marvin. Alter, Sophie. Hallo Teddy. Boah. Teddy, was willst du? Du hast mich gerade so schockiert. Geh weg, Teddy. Ja, weil... Shako habe ich gehört. Ey, da kam auf einmal so voll der Schocker, äh. Da kam auf einmal voll der Schocker. Ich komm nicht mehr. Oh, ich hab überlegt. Au. Wo hast du gerade bei mir explodiert? Lebt der oder noch? Ja, sehr gut. Ne, ne. War das C4 oder wie? Ich hab's gehört, aber ich weiß ja nicht, wer tot ist. Deswegen frage ich ja. Weiß noch nicht mal, wo es war. Teddy, da ist gestorben. Da ist jemand. Marvin! Marvin! Ach komm, Alter. Sehr schön, Grian. Ich weiß. Find ich auch. Was war das denn? Ich hab eben noch gesagt, das war von der Uni. Ja, ist Müllerregal. Ich bin Schradler gewesen. Ich muss ein Arzt noch sein. Aber du kannst die Verabschiedung machen. Ja. Chako! 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 Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. In diesem Sinne, wie immer von der Bar Kate. Bye Leute. Bye! einem fortune in das Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.